Mein Ball ist Philipp, du hast sie umgebracht. Digga... Er hat sie auch nicht... Nein, nein. Warum, nur was ich sage, du weißt... Wir machen weiter. Ich bin jetzt sicher, dass er sie umgebracht. Abfahrt. Ich weiß es nicht. Vor allem jetzt... Digga... Du denkst auch, ich sag ja jetzt Unfall und die Kübro kommt gleich. Philipp hat seine ganze Familie umgebracht. Der Typ wollte seinen fünfstelligen Betrag für sich alleine haben. Das geht gar nicht in Küche. Er hat das geerbt. Er wollte das noch nicht mehr haben. Hä? Ich dachte, er hat seine Familie umgebracht. Ach ne. Problem. Digga, Junge. Wir haben Brot zu Hause, ja? Wir haben Brot zu Hause. Ja, er will das Dürftige, das Fettige mehr haben. Das Fettige, ne? Und geht so fast gut, Alter. Ich hab Schokobanan. Ich hab Schokobanan. Jo, Jerry, Digga. Das wollen wir wissen. Chill mal. Ich hab After-Aid für dich. Ja! Wow, sei doch mal dankbar. In Afrika haben die Leute keine Essen mehr. No, no, no. Junge. Die Leute in Afrika würden sich nicht beschweren. Der Philipp will Mekels haben, ja. Junge, was willst du denn fressen? Was will der fressen? Der Bundo will schlimmer sein, was? Nein, nein! Bro, du ja, guck mal, es war deiner! Jetzt wird's wirklich persönlich lang. Nein, ey, ist dein Spaß, bro, ist dein Spaß, ey. Ich hab den schon abgekommen, zweimal. Jungs, ich bin tot. Ja, Jerry, die siehst, ne? Ja, Jerry, dann aim. Ach, dicker! Ja, Jerry, du bist tot. Also, das hast du dir wirklich verdient. Wirklich. Also, das war ja dem Geschwätz. Ich hab drei Leute hintereinander töten. 20, richtig.